All Nippon Airways erhöht die Treibstoffzuschläge für Meilen-Tickets. Sehr, sehr problematisch. Wer eine 737 MAX kaufen möchte, hat ein Problem, weil das Flugzeug irgendwie von der Rest der Rampe verschwunden ist. Es ist jetzt ein Flugzeug, was teurer wird. Das heißt, die Nachfrage steigert sich da. Und ein Thema für alle Lufthansa-Fans. Ein Ticket kaufen, ein Ticket quasi, ja, geschenkt bekommen, Ticket bei Tickets zum Preis von einem nennt Lufthansa das. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr den Kanal abonniert. Abonnierbefehl ist das Stichwort. Glocke anmacht, unten kommentiert und, was natürlich auch wichtig ist, gibt uns ein Like für den Algorithmus. Eine kurze Geschichte zu gestern. Gestern hatte ich gesagt, Condor, die 330, Neos kommen 2020. Ich weiß nicht, wie ich auf 2020 gekommen bin. Ich meinte natürlich 2022. Da nochmal danke an René, dem das aufgefallen ist. Ich wollte es kurz nur klären. Das erste Thema heute, Boeing 737 MAX, ist irgendwie von der Resterampe verschwunden und wird teurer. Das heißt also, man kann zwar natürlich sagen, dass ein Airbus Art 320 teurer ist als ein Boeing 737 MAX. Aber die MAX sind auch von den Leasingraten her nach oben am Klettern. Wenn man zum Beispiel die MAX 8 als Basis nimmt. Man hat natürlich lange durch das Grounding so eine Art Resterampe Charakter gehabt. Man hat ja auch viele Hersteller gehabt, die die Buden nicht mehr abnehmen wollten. Damit hat man dann sogenannte Wild Tales gehabt, die man dann auch noch verkauft hat und durch die Welt geschleudert hat. Dann hat man jetzt aber festgestellt, Cata Airbus hat viele gekauft. Dann hat die Leasing Company Airlines Corporation, die haben auch nochmal 50 737 nachgeordert und haben die halt mit dem Auftrag beglückt. Allerdings haben die natürlich auch einige Flugzeuge, 116 Stück bei Airbus bestellt. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Und jetzt im Februar 2022 Boeing mit den 50 Flugzeugen. Dann gibt es natürlich noch eine gewisse ungebremste Expansion bei der australischen Regional Airline Regional Express. Name macht ja Sinn. Die haben 30 bestellt, weil die da auch nochmal weiter Gas geben wollen. Das heißt also, bei Boeing ist eine Nachfrage relativ gut. Wenn man jetzt guckt, es gibt da externe Firmen, wie zum Beispiel eine Beratungsfirma IBA, die sich nennt, die den Wert des Flugzeuges bestimmt. Die sagen ganz einfach, dass eine neu ausgelieferte 737 Max 8 Ende letzten Jahres 2021 preislich irgendwo bei 47,9 Millionen Dollar liegt. Und das bedeutet also einen Anstieg um 6 Prozent, wenn man den tiefsten Stand von 45,2 Millionen Dollar nimmt. Also wenn man die 5 Prozent sieht, denkt man 5 Prozent, naja, okay, ist halt so. Aber wenn wir in dem Bereich sind bei Preisen, dann sind das mal eben 2 Millionen und ein bisschen 2,7, um ganz genau zu sein. Also das ist richtig Geld. Also in so einen schauen wir einfach mal. Aber natürlich muss man auch sagen, es sind allerdings nur noch 1,85 Millionen Dollar weniger als ein Airbus 320. Nur damit ihr mal so die Verhältnisse seht. Die Leasingraten klettern noch höher, damit man mal einfach auch weiß, was so ein Flugzeug im Monat an Leasinggebühren kostet. Da kostete das Flugzeug bis Ende 2022 als Max 8, war das vom Preis her 256.000 Dollar auf dem Tisch stand. Dann 2021 waren es noch 288.000 Dollar monatlich. Also Monatsrate, wenn jemand von euch überlegt, hey, ich will eine Fluggesellschaft gründen, dann wisst ihr so ungefähr, wo die Preise liegen. Also insofern hätte man in der zweiten Jahreshälfte 2020 zuschlagen müssen, weil da waren die Preise am Boden. Ja, 73 Kunden bekommen noch die Max 8 und 300 Flugzeuge sind im Betrieb, aktiv geparkt oder sowas natürlich alles. Aber es geht halt tendenziell nach oben. Was sollen wir uns davon mitnehmen? Wir werden über kurz oder lang uns mit der 737 Max anfreunden, auch wenn viele Leute schreiben, mit der fliege ich nicht. Ist ein sicheres Flugzeug, man hat nachgearbeitet, man hat nachgebessert. Also insofern gab es ja öfters schon in der Geschichte der Luftfahrt, dass es Flugzeuge gab, die in irgendeiner Art und Weise mal läschen hatten. Selbst der A320 hatte ja mal läschen am Anfang und die hat man ja auch ausgebessert. Und ihr seht ja, wie erfolgreich das Flugzeug heutzutage ist. Das nächste Thema, auch Airbus A380er. Wir hatten uns ja mal so philosophisch darüber unterhalten, was mit den Flugzeugen passieren soll. Einige sollen ja irgendwie, oder eins zumindest, so ein Hotel werden. Dann hat Lufthansa von seinen 14 Flugzeugen 6 Stück an Lufthansa abverkauft. Und diese 14 Stück minus der 6 Stück sind ja immer dann noch 8 Stück, die aber trotzdem nicht bei der Lufthansa bleiben, weil sie ausgeflottet werden. Da weiß ich gar nicht, was die Lufthansa damit vorhat. Und da hat man überlegt, vielleicht möchtet ihr die Airbus selber ins Chartergeschäft mit den A318 gehen, weil die Lufthansa-Maschinen sind ja top gepflegt. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitgekommen habt. Also wer bei Lufthansa ein gebrauchtes Flugzeug kauft, kann aus einem Checkheft gepflegten Erste-Hand-Fahrzeug sich bedienen. Also die sind top auf dem Markt gefragt, weil sie halt wirklich alles, was es gibt mit den Flugzeugen machen, Cycle-Kits und so weiter und so fort. Und Airbus hatte ja eine eigene AOC gemacht, also ein eigenes Luftfahrzeug, das hat eigenes Personal, eine eigene Firma gegründet für die Belugas, die alten Belugas. Die STs, die nur die Hälfte ihrer Cycles hatten, 30.000 Cycles sind die Cycles, die sie machen sollten. 15.000 haben sie erst gemacht, aber sie werden halt im Werksverkehr nicht mehr eingesetzt, weil man da die größeren XL-Belugas jetzt nimmt. Und man hatte da ein Frachtding draus gemacht und da hat man überlegt, hey, da können wir das mit den 380ern auch machen. Aber Airbus hat gesagt, nö, wir machen da nichts. Also man kann, ich versuche das Zitat gerade, was er da gesagt hat, wir planen keine neue Aktivität als A380er Betreiber. Und ja, was soll man dazu sagen? Er verriet ja nicht, was er damit vorhat mit den Flugzeugen. Also er hat das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise kolportiert oder einen Vorschlag gegeben. Für mich klingt das wie immer an der Stelle, er weiß selber nicht, was er tun muss. Und über wem sprechen wir? Über den Airbus-Chef Guillaume Fouri. Und Guillaume ist, normalerweise ist er ja nicht wortkarg. Das heißt also, wenn er was im Busch hätte. Aber ich glaube, da hat Airbus sich so ein bisschen verkalkuliert und hat auch mit Highfly zu sehr auf Prinzip Hoffnung gesetzt. Aber die hatten ja das Flugzeug auch mittlerweile abgesetzt und ausgesetzt. British Airways ist halt der einzige Partner, oder? Wie ich eben kokett schon sagte, Hotel. Macht doch eine Hotelgruppe auf. Baut die Flugzeuge irgendwo an dem Flughäfen auf und dann kannst du ein Hotel draus machen. Ein Thema, was uns als Flugaffiziendus natürlich immer wieder erfreut, ist, Flüge mit Meilen zu buchen. Aber was uns Schmerzen bereitet sind, die Gebühren und vor allem die Treibstoffgebühren, die YQ. Und All Nippon Airways erhebt oder erhöht diese Treibstoffgebühren im Moment wieder. Und man sagt ganz einfach, dass man damit die Kerosinpreise ausgleichen möchte. Das Schöne in Japan ist natürlich, dass die Fluggesellschaften das nicht so aus dem Lameng heraus entscheiden können, sondern es muss genehmigt werden, staatlich genehmigt werden von den Behörden. Und deshalb hat man von der Anna, die bei dem Ministerium, da ist das Japanese Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism, ganz kurze Abkürzung M-N-I-T, zur Genehmigung das Ganze vorgelegt. Und hat halt gesagt, dass der Kerosinpreis seit Februar 2022 wieder steigt und dass man da die Preise dann erhöhen muss. Und damit werden natürlich die Pröminflüge teurer. Und man muss halt einfach schauen, von den Prozentzahlen her muss man halt einfach schauen. Aber ab 1.4. sollen sie dann auch wieder gesenkt werden, muss allerdings noch von den Behörden auch genehmigt werden, wie jede Preisänderung nach oben. Wenn wir uns jetzt einfach mal von den Preisen her das angucken, dann gucken wir einfach mal ein Ticket, was man von Europa nach Asien fliegt. Die ist das immer noch bei 166 Euro oder 180 Stutz, wenn man aus der Schweiz fliegt, eher im unteren Bereich anzusiedeln. Aber es ist halt trotzdem eine Ermähnung wert, dass man da die Preise erhöht. Wer jetzt sagt, er möchte von der Aktion bei der Lufthansa partizipieren, seine Meilen verdoppeln, also für die Senator, Hornzöcke klappt nicht so ganz, weil das Economy Class Ticket gibt, gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Lufthansa hat diese Pressemitteilung rausgegeben heute. Und da steht, die Sonderaktion ist vom 18. Februar bis zum 6. März. Und der Reisezeitraum ist aber bis zum 31. März 2022. Und USA ist das Zielgebiet, ganz genau. Die USA-Reisen sind aber in der Economy Class. 16 Ziele können über die Lufthansa-Sonderseite gebucht werden oder aber über Reisebüros. Also insofern, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn man da die zwei Tickets kaufen kann. Wenn man sich das Ticket kauft, Travel Together to the USA ist also ein Partner-Sale. Und der Abflug für diese Tickets wäre zum Beispiel Brüssel. Und da wäre der Preis 493 Euro. Nach New York, nach Washington 543. Also da gibt es einige Ziele, da könnt ihr einfach mal schauen. Interessante Sache, finde ich. Und wenn wir jetzt nochmal kurz innehalten, könnt ihr ja sagen, ob ihr in die USA fliegt oder einfach kommentiert zu dem Thema mit Airbus. Ich freue mich auf eure Kommentare und vor allem unten kommentieren, wenn ihr dann natürlich den Daumen, ein Like gibt, uns unserem Algorithmus unterstützt. Und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, damit wir mehr Abonnenten bekommen. Und dass ihr vor allem nicht die Nachrichten aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Statuses einfach... Status habe ich gesagt? Es ist Status. Status ist... Also aus der Welt der Meilenpunkte und des Status, der U-Deklination nicht verpasst, Glocke anmachen. Jetzt haben wir es alles. Heute auch wieder hier aus dem wunderbaren, sonnigen Stockholm. Morgen soll es schneien. Schauen wir einfach mal, was das Wetter uns morgen bringt. Heute Abend der Stammtisch, freue ich mich schon drauf. Also bis morgen zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveller TV. Und abonnieren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017